Es ist zum Schluss dann so gewesen, ich durfte ja 1987, wie Audi mit dem 200er Quattro, durfte ich ja die Testfahrten machen in Kenia. Da hat der Waldarial gesagt, möchtest du die Testfahrten machen? Sag ich, du, lieb ihn gern, aber die haben ja einen eigenen Testfahrer, die mögen ja mich nicht nehmen. Dann sagt er, das habe ich die nicht gefragt. Die haben gefragt, ob sie das machen. Dann sag ich, lieb ihn gern. Und dann hat er gesagt, bei Audi, der Stuhl macht die Tests. Da war natürlich Feierabendach, es waren unheimlich viele Gegner, sogar von Österreich aus sind interveniert worden gegen mich. Allgemein, es war nicht, manchen nicht recht, nicht speziell, aber der Wald hat sich durchgesetzt und dann haben sie mich angerufen und gesagt, ich soll rauskommen, wir müssen das besprechen, wie das alles abläuft und wann Abfahrt ist und wie lange das dauert.